Gut angekommen ist die jüngste Veranstaltung des Projektes Erzgesund der Industrie- und Gewerbevereinigung West-Erzgebirge, kurz IGA. Bei einem Gesundheitsforum in der goldenen Sonne Schneeberg ging es um Generationskonflikte am Arbeitsplatz. Generationsvielfalt in der Belegschaft ist eine neue bedeutende Bereicherung für jedes Unternehmen. Das berufliche Miteinander von der Boomer-Generation bis zur Generation Z bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Bei der Veranstaltung am 13. März gab es praktische Einblicke, wie die positiven Aspekte der Generationsvielfalt nutzbar sind. Es wurde thematisiert, wie sich eine positive Teamdynamik schaffen lässt und welche Rolle die betriebliche Gesundheitsförderung dabei spielt. Einen ausführlichen Bericht über das Gesundheitsforum in Schneeberg sehen Sie demnächst bei ärzt.tv.